Willkommen zurück zu Command & Kanker, Alarmstufe Rot 3, mit Schnorrer alias Prinzessin, boing, so, Konkuba alias der Penner, boing, so, wir spielen jetzt Leningrad, Mond über Sankt Petersburg, und dann mal gucken, was? Wie spielt man Leningrad? Das weiß ich noch nicht, das wird uns jetzt sofort erklärt, wenn wir auf weiter klicken. Und weiter. Sie haben die Brüder eiskalt erwischt, Commander. Sie werden sich fragen, was passiert ist. Wie es aussieht, ist alles, was Selinski gesagt hat, war. Das zu glauben fällt selbst nie schwer. Die Russen sind für alles verantwortlich, was in diesem Krieg passiert ist. Und nun geht es nur noch um eins. Und zwar um die vollständige Zerschlagung der Sowjetunion. Tschadenku und Korkov haben all ihre Streitkräfte an einem Ort zusammengezogen, der als uneinnehmbar gilt. Die Peter-und-Paul-Festung in Leningrad. Machen sie ein Ende, Commander. Sie müssen büßen für ihre Lügen und ihren Verrat. Genau. Die Sowjets bereiten in Leningrad ihr letztes Gefecht vor. Sie werden ihnen alles entgegenwerfen, was sie haben. Sie nutzen die Kanäle, um die Festung zu sichern. Deshalb müssen sie auf Marineeinheiten gefasst sein. Zerstören sie den Rest der sowjetischen Kriegsmaschinerie, Commander. Ich weiß, sie schaffen das. Und wenn alles vorbei ist, lade ich sie in meine Wohnung ein, auf ein kleines Sieges-Dinner. Noch billiger geht's um. Mann, Mann, Mann. Wir haben beschlossen, die sowjetische Führung zur Rechenschaft zu ziehen. Die Mobilmachung läuft. In Kürze werden unsere Truppen vor Leningrad stehen. Unsere Taktik ist allerdings riskant. Wir schrumpfen unsere MBFs, um tief in das sowjetische Kernland vorzustoßen und den Feind zu überraschen. Rechnen sie mit heftigem Widerstand. Ihre Befehle lauten wie folgt. Sichern sie mithilfe unserer Chronosphärentechnologie eine Landezone für unsere Truppen. Brechen sie im Zielgebiet den sowjetischen Widerstand. Verhindern sie, dass der sowjetische Premier entkommt. Zerstören sie seine Festung. Ach du Gott. Hm, Zeitdruck. Ach du Gott. Ach du Gott. Auf geht's. Wir verkleinern ein paar MBFs, um sie durch die sowjetischen Linien zu schleusen. Sie müssen einen Stützpunkt in ihrem Hinterland errichten. Dann können wir über die Chronosphäre Truppen heranziehen. Wo liegt unser Ziel? Neues Einsatzziel erhalten. Vielen Glück, Komma. Äh, hallo? Ich kann die nicht... Ach so, ich bin ja grün. Oh, ist grün. Aber die haben jetzt ein Welsberg. Vollkraft voraus. Sind unterwegs. Schrumpfen Ende. Wie liebend. Ja. Sind unterwegs. Vollkraft voraus. Was da soll ich jetzt schlechen? So, die Brücken. Sind du dabei? Wenn die da nicht treffen. Jetzt soll ich das da direkt hinbauen oder? Ich hab gar keine Kohle. Jetzt soll man die hier erst zerstören oder was? Jetzt soll ich jetzt hier erst die Dinger kaputt machen. Alter, ist er gekriegt hier. Das hat echt gut stehen. Das ist unsere Chance. Jetzt, jetzt! Derzeit zu enden. Überraschend Drehung. Und unterwegs. Ich darf verabschieden. Ob das Polizipanzer hat. Unzureichender Wettbewerb. Das ist unsere Chance. Derzeit zu enden. Jawohl. Was ist das da? Den Silber da jetzt kaputt machen? Das ist ja bloß so ein Fake. Der ist ja beschrieben. Oh, den kleinen roten Blut. Verstanden. Kommandantat. Sie ruinierten meine Ehrenparade. Dafür mach ich mit allem, was ich habe, Hetzjagd auf Sie. Aber ich werde Ihnen die Genugtuung nicht gönnen, mich zu fassen. Ich werde an den einzigen Ort fliehen, der los ist korrompiert worden von Kapitalismus. Das ist was... In den Weltraum. Ach du Gott. Der Premier versucht zu fliehen. Er hat sich einfach in der Festung im Zentrum dieser Kanäle verschanzt. Lassen Sie ihn keinesfalls flüchten. Hier sind Credits. Heben Sie eine Armee aus und verhindern Sie den Start seines Shuttles. Unzureichende Mittel. Neues Einsatzziel erhalten. Hast du gehört, ne? Da sind Credits. Hätt so ein bisschen mehr überweisen können. Bei seiner Vorhauung. Bau abgeschlossen. Sieben Stück. Neue Bauoption. Wird gebaut. Und 29 Minuten. Ach du Scheiße. Feindliche Einheiten entdeckt. Wird gebaut. Ich kriege eine große Marke. Kommen die jetzt hier bloß über die olle Brücke? Darmfeld einsatzbereit. Wahrscheinlich. Erwartung, Befehle. Bau abgeschlossen. Vielleicht kann ich die ja kaputt schießen. Bleibe unauffällig. Ach nee. Das machen wir mal lieber. Darmfeld einsatzbereit. Neue Bauoption. Und die können auch an Landformen über die Rampen. Wird gebaut. Transpektor Einheiten entdeckt. Welche Rampen? Das ist ja beschiss. Ach, ist das bei dir da? Naja gut. Da werden ja wahrscheinlich nicht ganz so viele kommen. Wird gebaut. Neue Bauoption. Wird gebaut. Mama, die haben mich schon wieder angegriffen. Das gibt es doch ja auch nicht. Ausbildung. Was darf es sein? Ja, wir sind einsatzbereit. Yo, bin auf 6 Uhr. Bau abgeschlossen. Feindliche Einheiten entdeckt. Bei dir oder wo? Ja, die Wanderschläge. Was, du hast deine da jetzt als LKWs getarnt oder was? Als weiße LKWs. Wenn ich bei dir gucke, sehe ich die nur als weiße LKWs. Ja, du, äh, ich bin hier auch. Ein LKW. Ausbildung. Aspektor einsatzbereit. Erstmal einen Ingenieur bauen. Hier hat gleich die Erzmine da auf. Ein Sau. Ein Ölraffenring. Allzeit bereit. Feindliche Einheiten entdeckt. Wird gebaut. Mensch. Das ist Mensch. Ich höre, Sir. Analysiere die Pläne. Ausbildung. Bau abgeschlossen. Javelin Einsatzbereit. Das war ja richtig Gas geben, hier, wa? 30 Minuten. Gas. Gas, Gas, Gas. Bau abgeschlossen. Ei, ei, ei. Feindliche Einheiten entdeckt. Warthorn erobert. Ei, 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 ei. Wird gebaut. Wird gebaut. Hey, Mann. Oh, nein. Gehen wir. Guck mal vorsichtiger, weil hier ein paar Luftabwehrdinger setzen war. Jetzt vermutlich, äh, good idea. Bau abgeschlossen. Bau abgeschlossen. Javelin Einsatzbereit. Feindliche Einheiten entdeckt. Neue Bauaktionen. Javelin an Deck. Okay, Coach. Wird gebaut. Wird gebaut. Kommander, wir dürfen ab sofort den Protonen-Collider bauen. Oh, den Protonen-Collider. Krass, 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 krass. Bitte? Ich hab's nicht verstanden. Krass, 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 krass. Ah, das ist so nirgendwo. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Ausbildung. Also so richtig krass oder nur so halb? Richtig krass, 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 krass. Javelin einsatzbereit. Hey, Mann. Die Zone gehört mir. Javelin einsatzbereit. Wird gebaut. Was liegt an, Coach? Ein paar Javelins da in so eine Bäude schieben. Hey, schicke Hütte. Krass, 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 krass. Javelin einsatzbereit. Javelin. Wir nehmen es ein. Aber die kommen noch im Moment nur bei dir, oder? Javelin einsatzbereit. Oder sag, wenn die da unten durch das Sichtfeld laufen, oder? Javelin einsatzbereit. Das ist ein Flugzeug. Bereit. Wir sehen uns mal rum. Was liegt an, Coach? Ausbildung. Ausbildung. Neue Bauoption. Javelin einsatzbereit. Bin bereit. Wir nehmen es ein. Feindliche Einheiten entdeckt. Irgendwo sind feindliche Einheiten. Wird gebaut. So, dann bauen wir das Ding mal. Was, den Protonen-Kollider? Yeah. Ja. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Oh, ich kann ja hier oben noch... Fähigkeiten... Verbesserte Luftfahrt autorisiert. Feindliche Einheiten entdeckt. Bau abgeschlossen. T-25 Minuten bis zum Start des Shuttles. Jawohl, ma'am. Bau abgeschlossen. Upgrade abgeschlossen. Neue Bauoption. Wird gebaut. Feindliche Einheiten entdeckt. Wo denn? Keine Einheiten. Ich sehe ja keine Einheiten. Siehst du ja auch Einheiten? Lop sie auf. Da hat er mich wieder nachgemacht. Toll. Womit? Du hast auch den Protonen-Kollider gebaut. Ja, schon seit einer Minute. Ach komm. Bau abgeschlossen. Das sind also eine halbe Minute. T-25 Minuten bis zum Start des Shuttles. Wird gebaut. Feindliche Einheiten entdeckt. Yeah. Ein weiterer Punkt. Präzisionsangriff bereit. Was haben die da? Ach, Eisern nach vorne. Ist es die da? Die da? Die da? Oder die da? Oh, bei mir kommen Gegner. What the fuck? Komm mal. Abwehr bauen wir. Oh, der eine Form ist kaputt. Er schießt nicht? Das war aber nicht so nett. Wird gebaut. Feindliche Einheiten entdeckt. Feindliche Einheiten entdeckt. Weil den kommen die genau dann. Wenn ich noch nicht fertig war mit meinem Tower. Das ist eine frechheit. Eine richtige frechheit. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Wird gebaut. Wann darf es sein? Wissen Sie doch nicht, warum der Typ hier nicht mit schießt. Eine Einheiten hat nicht angegriffen. Ja, Spazier bereit. Warum schießt der Typ hier? Wo? Das ist nicht so. Wird gebaut. Feindliche Einheiten entdeckt. Einheiten entdeckt. Reparatur läuft. Okay, also bis jetzt scheinen sie nur über die komische Brücke zu kommen. Die komische Brücke. Bau abgeschlossen. 2.000 für so'n scheiß Bomber. Wieso kann ich die noch nicht bauen? Weil du erst die Freigabe bauen musst. Habe ich doch. Stufe 2. Habe ich auch. Ein Verteidigungs-Dings. Ist das denn überhaupt ein Flugfeld? Bau abgeschlossen. 2.000 für so'n scheiß Bomber. 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 Ach so. Ich bin doof. Wieso? Ich bin doof. 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 Jaja. Zeitbombe bereit. Reparatur läuft. Reparatur läuft. Reparatur läuft. Das ist doch kr-h-h-h-h-h-h-h-h-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. BAU abgeschlossen. Unser Stiftfrau wird angegriffen. Geben Sie uns ein Ziel und wir buchen den Kommandor. Eine Einheit wird angegriffen. Tesla-Panzer, die werden uns killen! Was? Geben Sie uns ein Ziel und wir sind unterwegs. Geben Sie uns ein Ziel und wir sind unterwegs. Wir werden uns killen. Die werden uns killen, sagt er. Na so, ich versuch mal den ersten Vorhang platz zu machen. Wird gebaut. Reparatur läuft. Unzureichende Mittel. Unzureichend. Feindliche Einheiten entdeckt. War gerade so. Wir tun was getan werden muss. Wie viel hattest du da jetzt? Unzureichende Mittel. Erwarten Befehle. Erwarten Befehle. Was ist denn mit ihm verkehrt? Feindliche Einheiten entdeckt. Unzureichende Mittel. Was ist denn mit meinem einen Mirage-Panzer da unten? Bei mir ist der so grau jetzt. Unser Verbündeter wird angegriffen. Beweicht sich nicht. Äh? Skandal. Ich höre. Skandal. Ich höre. Skandal. Unzureichende Mittel. Wir tun was getan werden muss. Also achte sind perfekt sagst du oder was? Oh mehr als ausreichend ja. Feindliche Einheiten entdeckt. Feindlicher Stützpunkt entdeckt. Unzureichende Mittel. Eine Einheit wird angegriffen. Ja wenn wir ihn noch flack haben, dann wahrscheinlich nicht. Protonen. 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 Ein eiserner Vorhang wurde zerstört. Protonen. Ein eiserner Vorhang wurde zerstört. Ein eiserner Vorhang wurde zerstört. Richtig fette Lüfter. Ich mach den oben in der Mitte. Unzureichende Mittel. Ziel wählen. Das reicht nicht mal. Was ist das denn? Feindliche Einheiten entdeckt. Ziel wählen. Protonen wählen. Reicht nicht mal ansatzweise. Unzureichende Mittel. Wird gebaut. Wir sehen hier unten haben sie auf jeden Fall heftige Verteidigung. Feindliche Einheiten entdeckt. Unzureichende Mittel. Feindlicher Stützpunkt entdeckt. Misch ab. Aber nicht so viel. Wir haben noch ziemlich viel kaputt gemacht. Unzureichende Mittel. Wollen wir jetzt erstmal eine Runde Häuschen machen oder? Können wir machen. Geben Sie uns ein Ziel und wir sind unterwegs. Dann bis zum nächsten Mal. Spitzel. 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 Spitzel.